Und dann holen wir uns natürlich eine neue Seite her. So sieht die dann aus ungefähr und die hat auf der einen Seite eine kleine Kugel und auf der anderen Seite ein gerades Ende. Und was wir damit machen, das zeige ich dir gleich. Erstmal müssen wir das durch dieses kleine Loch hier durchpriemeln, sodass es auf der anderen Seite rauskommt. Und dann kannst du auf der anderen Seite greifen und es einfach so durchziehen, bis die kleine Kugel unten blockiert. Und dann können wir den Bass einmal umdrehen und dann haben wir die Seite hier auf der richtigen Seite schon in der Hand. Und jetzt siehst du hier ein paar Kerben, wo eigentlich die Laufrichtung dieser Seite schon relativ genau vorgegeben wird. Und da kannst du einfach mal hier entlang ziehen und dazu brauchst du immer ein bisschen Spannung. Auch hier oben am Sattel gibt es eine kleine Kerbe, in die die Seite reingehört. Und hier bei diesem Bass haben wir eine kleine Schraube, die auch nochmal den Zug etwas verstärkt und die Laufrichtung vorgibt. So sollte das dann im Optimalfall liegen. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass wir oben den Verschluss oder die Verschraubung richtig festziehen können. Und am Bass würde ich dir empfehlen, dass wir eigentlich maximal zwei oder drei Umdrehungen um die Mechanik versuchen zu erreichen. Dazu müsste man normalerweise die Seite hier anlegen. Einmal festhalten hier unter die Schraube. Und dann würde ich dir empfehlen, so circa fünf bis sieben Zentimeter über diese Schraube hinweg zu gehen. Und hier einen kleinen Schnitt zu machen. Das machst du am aller allerbesten mit einem Seitenschneider. Seitenschneider. So sieht der aus. Die sind relativ gut. Geht aber auch mit einer ganz normalen Zange. Denn die haben eine kleine Schneiderfunktion hier. Und ich habe mir die Position gemerkt, hier mit meiner linken Hand. Und schneide einfach mal dieses Teil hier ab. Und biege nur einen ganz kleinen Teil dieser Seite ein bisschen ein, damit die Stimmung auch noch besser heilt. Denn dadurch wird die Windung der Seite etwas unterbrochen und die Energie trägt sich nicht weiter. So hält das Instrument die Stimmung ein bisschen besser. So, wir legen es also wieder an und gehen unter die Schraube. Stecken das einmal hier rein. Da ist ein kleines Loch unten, damit das ein bisschen besser fixiert werden kann. Und jetzt musst du ein bisschen voraus überlegen. Denn gegen den Uhrzeigersinn wird die Seite straff gezogen. Mit dem Uhrzeigersinn lockern wir die Seite ein bisschen. Das heißt, wir müssen die Laufrichtung einmal mit adaptieren und einmal diese Drehung hier machen. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu sehen. So. Und dann würde ich dir empfehlen, einmal die Seite hier straff zu ziehen, unter die Schraube zu gehen und das ganze Ding aufzukurbeln. Und das dauert jetzt ein bisschen. Manchmal gibt es auch so große Basskurbeln. Da kann man das dann ein bisschen schneller machen. Aber hier, alles Handarbeit dauert ein bisschen. Ich mache es mal so schnell ich kann. Und du merkst dann auch schon in deiner rechten Hand, wie der Zug zunimmt und die Seite immer straffer wird. Und jetzt haben wir schon eine richtige Spannung hier. Und jetzt haben wir schon eine richtige Spannung hier.